ich habe mir jetzt über die tage einen plan gemacht hier also gedanken hier über eine diät über eine sex diät und ja da kannst du viel energie sparen alles hier jetzt passen wir auf hier montag da sparen wir uns auf hier da gibt es keinen sex dienstag tun wir auch noch ein bisschen unser energie sammeln ja hier da steigen wir uns ein bisschen auch kein sex mittwoch jetzt haben wir mitte in der woche hier und da lesen wir los da haben wir sechs hier ist sechs mittwoch da geht es rund hier donnerstag tun wir jetzt ein bisschen haule bis sie oft danke freitag hier da steigen wir uns wieder ein bisschen auf hier tanken machen sich die gedanken träumen und so und hier am samstag wenn es gut läuft dann gehen wir wieder dran hier bei der sex diät hier da schlafen wir richtig zu hier haben unseren spaß und sonntag dass man schön gemütlich wieder ausklingen und das ist eine super diät da kann man sich ein bisschen weniger bewegen man kann auch viel energie sparen und das ist ein modding das habe ich entwickelt hier die letzten paar tage jetzt hier das ist super 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 dieser welt erfindung jetzt schon macht's gut und halt euch an den plan hier